Alles klar. Harper, ich bin da. Wo sind die Models? Sie sagten doch, die Models wären schon da. Das sind sie, Sir. Das sind unsere Models. Hier sind Dana, Priscilla und Vera. Sie machen Witze, oder? Wir sind eine Modellagentur, keine Freakshow. Ich habe Models bestellt und nicht einen wahllosen Haufen von der Straße. Ich weiß, es sind nicht ihre typischen Models, aber ihre Andersartigkeit macht sie gerade so schön. Nein, nein. Live Glam ist einer unserer wichtigsten Kunden und ich kann Ihnen nicht diese Models präsentieren. Ich meine, sehen Sie sich die doch mal an. Ihr Haar sieht aus wie ein Rattenist. Und die hier? Bestellen Sie doch gleich einen Elefanten. Und die hier? Ich weiß nicht mal, was ich zu ihr sagen soll. Es ist absolut nichts Schönes daran, anders zu sein. Aber, Sir. Keine Widerrede. Wenn Live Glam diese Models nicht mag, bin ich erledigt. Wissen Sie was? Offensichtlich wissen Sie gar nichts über Schönheit. Sie sind gefeuert. Sie sind alle gefeuert. Ich hole mir jetzt ein paar neue Models. Ach, okay. Ihr zwei seid echte Models. Ihr seht toll aus. Oh, perfektes Timing. Treten Sie ein. Sie repräsentieren Live Glam? Ja. Hallo. Darf ich Ihnen unsere zwei Models vorstellen? Ich denke, sie passen perfekt in Ihre neue Kampagne. Ähm. Würden Sie uns einen Moment entschuldigen? Also, was denken Sie? Sie sehen toll aus. Aber wir hatten uns Models mit einem Look gewünscht, der ein bisschen anders ist. Äh, anders? Was meinen Sie? Ich meine, Sie sind groß und Sie sind dünn. Sie sind die perfekte Definition von Schönheit. Was wollen Sie mehr? Wissen Sie, es tut mir leid. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Vielen Dank für Ihre Zeit. Nein, 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 nein. Warten Sie. Ich kann Ihnen andere Models bringen. Oh. Mir tut das alles so leid. Hey. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur, ich habe diese Models für die Beauty-Kampagne von Live Glam ausgesucht. Aber wir wurden alle einfach gefeuert. Dieser Typ hat gesagt, wir wären nicht schön. Nur weil wir anders aussehen. Was? Ich glaube, ihr Ladies seid alle wunderschön. Eigentlich habt ihr Ladies genau den Look, den ich suche. Wirklich? Aber wofür? Mein Name ist Laura. Und ich bin die kreative Leiterin von Live Glam. Und ich würde mich glücklich schätzen, wenn ihr die neuen Gesichter unserer Beauty-Kampagne werdet. Oh mein Gott, wirklich? Hey, sehen Sie, da sind die Mädchen, die ich für ihre Kampagne eingestellt habe. Aber sie haben uns gerade alle gefeuert. Das war ein Witz. Darauf sind Sie doch nicht reingefallen, oder? Ha, also was denken Sie? Ich finde sie perfekt. Sehen Sie? Ihre Andersartigkeit macht sie schön. Deswegen habe ich alle drei engagiert, die Gesichter unserer Beauty-Kampagne zu werden. Und deswegen feuere ich sie. Also, habt ihr Ladies Interesse? Ja, natürlich. Und Sie, junge Dame? Sie scheinen ein Gespür dafür zu haben, was wahre Schönheit ist. Ich würde sie auch gerne einstellen. Wow, liebend gerne. Alles klar. Na los, ich fahre euch gleich ins Studio. Es gibt viel zu besprechen. Sophie ... Und Sieever ... Weltsam ... Wie es resposta ist, wenn ihr euch noch? Euer ... Ich würde sie nicht einsch��는 the onlyiz turning car. Oké, danke! Ich würde sie nie qualche anticipating. Ich interface mit der Mannschaft anders. Bei dir nicht irgend framed. Und ich Untertitelung des ZDF, 2020